Ich komme jetzt hier gerade an der Holzmiete an und da ist mein Schlepper. Hier ist mein Bagger und ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Mal schauen, wie es hier aussieht und dann fahre ich gleich weiter Richtung Waldstück. Das hier wird alles hier aus den Auen gesammelt und hier wird es dann später geschreddert und in den Auen ist noch ganz viel was hier rumliegt. Wir haben ja nur den Plastik mit ganz vielen Leuten rausgeholt und hier wird fein säuberlich raussortiert der Kunststoff raus, dass er nicht mit durch den Schredder geht. Das Hauptholz liegt jetzt hinten in dem Wald. Das wird alles hier hin transportiert, weil hinten kann nicht geschreddert werden, weil der benachbarte Landwirt nicht möchte, dass das Feld kaputt gefahren wird. Hi! Ich fahre mal weiter. Ich glaube da ist es. Haben wir es nachher, oder? Ja, ich schalte mich gleich noch mal ein, weil das ist jetzt ein Hubbelzweg da hoch und dann halte ich euch auf dem Laufenden.